Das sind die wichtigsten Aussagen zum DFB-Kader von Nagelsmann zusammengefasst. Der Kader wurde nominiert und ich finde, es ist wirklich eine der besten Kader-Nominierungen überhaupt. Und zwar ist das Leistungsprinzip deutlich erkennbar und es macht einfach wirklich Vorfreude. Wir starten mit den Aussagen von hinten nach vorne. Es wird Deutschland wahrscheinlich im 4-2-3-1 auflaufen, wie man sich auch so häufig gewünscht hat. Und zwar ist das auch erkennlich, aber dazu später mehr. Die erste Aussage war, dass Gündogan Kapitän bleibt, also kein Neuer oder Groß wird die Kapitänsbinde übernehmen. Aber er meinte auch, dass es nicht so wichtig wäre, wer Kapitän ist, sondern dass jeder Spieler eine Führungsrolle übernehmen soll. Dann kommen wir zum Tor und zwar hat ja sehr offen gelassen noch, ob Neuer oder Ter Stegen im Tor stehen wird. Dort hat er sich noch nicht festgelegt, also es gab noch kein Pro-Neuer ganz klar. Und ja, es bleibt also weiterhin spannend, wer am Ende bei der EM im Tor stehen wird. Nagelsmann hat schon sehr genau gesagt, welche Defensivreihe, also welche Viererkette er spielen lassen will. Dabei ist es ganz klar, dass Kimmich Rechtsverteidiger ist. Und zwar ist es dadurch deutlich geworden, dass er gesagt hat, dass Hendricks rechts hinten als Backup nur ist. Also wird Kimmich Stamm-Rechtsverteidiger sein. Und aber Hendricks ist als Links, als Herausforderer für die Startelf. Die zwei Innenverteidiger, hat er sich schon festgelegt, sind Tah und Rüdiger. Das heißt, wenn sie natürlich komplett nicht performen, dann kann sich da noch was ändern. Aber ansonsten sind die zwei erstmal gesetzt. Und es ist so, dass Hummels nicht mitgenommen wurde, weil Nagelsmann nicht den geeigneten Backup für die Leute sieht. Deswegen hat er eher auf Anton und Koch gesetzt, die sich eher mit dieser Backup-Rolle wahrscheinlich zufrieden geben. Zudem hat neben Hendricks natürlich aber vor allem Mittelstädt sehr gute Chancen auf Links zu spielen als linker Verteidiger. Aber Nagelsmann hat nämlich auch betont, was für wahnsinnige Statistiken dieser aufweist. Und dass er zu den besten Linksverteidigern der Welt gehört momentan. Jan Niklas Beste ist etwas überraschend in die Nationalmannschaft eingetreten oder wurde nominiert. Auch wenn er starke Leistung natürlich bewiesen hat. Aber es ist wohl eher ein Experiment und auch eine Belohnung für sein starkes Momentum. Nagelsmann hat zudem auf eine klare Rollenverteilung häufiger hingewiesen. Und zwar auch vor allem im Mittelfeld. Deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Goretzka geworden. Also wurde der nicht nominiert, auch wenn er natürlich nach wie vor sehr gute Chancen hat, wieder in den Kader zu kommen. Aber wir sehen eine sehr gute Chance, dass auf der 6 neben Kroos einfach ein richtiger Abräumer gespielt wird. So wie wir es wollten. Einer wie Andrich oder Pavlovic. Ja, die einfach andere Qualitäten nochmal mitbringen. Vielleicht ein bisschen mehr auf defensiv gestimmt sind. Und ja, darauf hat Nagelsmann hindeuten lassen. Und deswegen zum Beispiel auch Goretzka erstmal nicht nominiert. Und es wird natürlich, oder was heißt natürlich, man muss es abwarten. Aber Gündogan wird wahrscheinlich nicht neben Kroos auflaufen. Außer er hat irgendeine spezielle taktische Ausrichtung. Aber er meinte, dass er Gündogan auf den 3-10ern Positionen eher sieht und nicht im zentralen Mittelfeld neben Kroos. Und ja, deswegen lässt sich auch herausleiten, dass es vermutlich ein 4-2-3-1 wird. Und ja, wir sind gespannt. Vor allem, weil man muss einfach sagen, dass entweder jetzt vermutlich von Musiala, Wirz und Gündogan wahrscheinlich einer auf der Bank sitzen wird. Was ansonsten noch sehr wichtig ist, dass er immer häufiger betont hat, dass es wichtig ist, Spieler mitzunehmen, die ihr Momentum im Verein haben. Zum Beispiel deswegen ist auch ein Maxi Bayer oder auch viele Stuttgarter nominiert worden, weil die einfach sich im Verein beweisen müssen. Einfach gut drauf sein sollen und dann das übertragen sollen in die Nationalmannschaft. Ich bin auf jeden Fall hyped und die Vorfreude steigt. Aber natürlich muss das jetzt auch mit Ergebnissen geliefert werden und ich finde, man sollte mindestens ein Unentschieden gegen Frankreich schaffen und ein Sieg gegen Holland. Dann würde ich aber auch sagen, ist die Vorfreude auf jeden Fall sehr hoch auf die EM. Was ist eure Meinung zum Kader? Lasst es mich gerne wissen. Das war's. Das war's.